...Arbeitstab x-halben grüßen. Im Arbeitstabort tragen sie die rechte Hand. Auf dem Mittel zirken wir geritten. Die ganze Bahn. Durch die ganze Bahn wechseln, dabei Tritte verlängern und leicht tragen. Im Arbeitstab und aussitzen. Im Mittelschnitt durch die ganze Bahn wechseln. Im Arbeitstempo antragen. Auf dem Zirkel geritten. Zur geschlossenen Zirkelseite im Arbeitstempo rechts. Jetzt angaloppieren. Die ganze Bahn. Durch die ganze Bahn wechseln, auf der wechseln wir Arbeitstraf. Auf dem Zirkel geritten. Zur geschlossenen Zirkelseite im Arbeitstempo links. Jetzt angaloppieren. Ganze Bahn. Nächste lange Seite. Galoppsprünge verlängern. M. Arbeitsgalopp. C. Arbeitstrab. Ab. Auf dem Mittelzirkel geritten, dabei leicht tragen und Zügel aus der Hand kauen lassen. A. Vor E. Zügel wieder verkürzen und aussitzen. E. Ganze Bahn. A. Nächste kann sich bereit halten. Achso. Fieskern herüber schicken. Bisschen. A. Auf die Mittellinie abwenden. X frei. Grüße. Im Mittelschnitt abladen. Zügel die Bank verlassen. 115. Dark Chocolate 20 geritten von Carolin Ammann vom Reit- und Fahrverein von Bernbüchen. Wertnote 6,7. Und zwei Achteplätze haben wir noch. Das ist einmal die 171. Floriska geritten von Britta Dannenberg vom Reit- und Fahrverein Rode-Wald. und die 112 Dakota Sprays, geritten von Katja Slupinski von der Pferdesportgemeinschaft Linhagen, beide mit der Wertnote 6,6. Der wird ja noch, der ist erst vier. Untertitelung des ZDF, 2020